Herzlich Willkommen zu Sprivel Nights mit Sammkampikaze Das ist natürlich meine Wirklichkeit So, ich habe schon mal vorgearbeitet Ich habe vor der Aufnahme die Mission gemacht, die Mission gemacht und die Mission gemacht Das vorne einfach nur Redemission quasi Und jetzt mache ich quasi die Mission der Sammler Den schon mal viel zu sprechen und ich habe irgendwie den Drache gekriegt Guck mal Ich könnte mir glaube ich einen Monster aussuchen oder so einen Kampfspirit Und irgendwie habe ich jetzt einen Drache gekriegt Na ja, guck mal Ich werde aber noch mal gucken müssen, was ich mir alles aussuchen Und wo? Weil ich habe irgendwie keine Ahnung Dann habe ich noch zwei neue Waffen gemacht Äh, ein Feuerschwert, eine Frostkanone und noch irgendwas Material, glaube ich So Bin ich mal gespannt, ich glaube, in diesem Port arbeitet der uns ein übel Stoppers-Fight Was ich denn mitnehme? Was ich denn mitnehme? Was ich denn mitnehme? Na ja, ja Hier ist weg, noch schief, das ist blablabla Ich habe hier eine hohe Konsumation gefunden in einer Reihe bei deiner Posten Ich mache das ein bisschen ein bisschen. Aha, was da? Ja, okay, was da? Ja, okay, was da? Aha, okay. Material werden dazu verwendet. Spielfoto. Ach so. Okay. Das ist das Foto für die Tiere, also für das die in der Tierwirtschaft schon verrückt hat. So, dass mir der läuft. Der legst dich nie da, wa? Der legst dich nie da. Ich kann die Noten machen mir die aus den scheiß Panzerhaus kommen, ey. Das ist total lästig. Und wenn du rauskommst, dann nehm ich die Schade. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus. Hey, kann ichessee. Komm raus. Das ist disturbing. Komm raus. kann das denn das frost irgendwie die schwäche es kommt mir gerade so vor wo das der wenig zurück okay ok geh ich in kreis überall lang gehen zum beispiel den hätte ich jetzt verpasst ja 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 Ein Geform, Bitch. Oh, du Drecksack. So, ein Hund, ey. Wie groß ist denn so Areal, ey? Wo gehe ich gerade falsch? Ich nehme mich heute gerne für dich, Bitch. Ah, okay, hier brauchen wir schlusslich. Wie niedlich. Der Drecksack hat unten die Schreie, ey. Was ist denn das? Warum kann ich den keine Dings nehmen? Was ist denn das? Stimmt, wie ich mit meiner Waffe. Äh. Wann ich mich verarschen? Warte, ich mach mal ganz einfach. Warte, ich mach mal ganz einfach. Okay, okay. Ich bin jetzt auch nicht verarschen. Aaaaaaaah! Ch Scheiße! Aaaaaah! Wann ich bin? Wann ich bin? Ich bin? Ich bin! Oh mein Mann! Okay, ich bin hier. so dass wir Mist, gegen die Wand und das nee so, die Frost ist besser das kann jetzt ja kaputt machen, vielleicht ist ja irgendwo da runter ein Schalter aaaaah ok äh dort gehts das Zeichen verrät nichts gutes aber ich geh mal in die andere Richtung weh, da war ja auch noch im Weg der Drache fetzt wie so hier war ja auch noch im Weg hier 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 Ich glaube, der Pott ist erst, kommt heute in die Überlänge. Ah, mein Freund, nicht so, nicht so. Oh, was ist denn noch? So, weiter geht's. Ah, mein, warum renne ich denn dort? Nein, meine Fresse. Höhere Geschwindigkeit, yeah. Gut, 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 gut. Gut, gut. So, gehen wir hier oben, dann? Gut. Eine Kapsel zum Muffladen ist natürlich wichtiger. Ach, die sind so groß, die Scheiß-Level, ey. Ah, nee, nee, nee. Naja, wenn der Pott in die Überlänge kommt, ist ja auch nicht schlimm. So, nächstes Level. So, nächstes Level. Oh, der Drakis Meiden. Hoho. Geil. Level. Oh, der D1. ist ja geil. Behalte ich den Drak? Mal gucken. Aber ich hab jetzt Begleiter. Ich bin nicht auf den Reisen, jetzt nicht immer so allein. Ob die, ob die, ob die Kampfspiel sprechen können. Das wär schon nice. Ne, kann ich nicht schütteln. So, weiter geht's. Ah. Die klingeln. Ah, siegrabler. Ja. Dann für die wurden. War ich sehristyと? Mail source One. charge One. So, der Klingel wäre letztendlich sehr gut am Zoomỉle von einem Scenar-Kunz. Eines Leeren. Okay, hier sind Barrieren. Okay. Hier kannst du den von mir aus. Scheiße! Oh, ich hab das Wort in den hier. Frier ein! Frier ein! Du sollst dein Frier! Alter, wer war das? Alter, welcher Drecksack! Wirf den hier mit Bomben! So, ein Arschloch! So, was will man leider? Ja! So, Strom ist gescheit. Achso, wenn ich... Ah, okay! Ich muss mich von den Teilen fernhalten, denn ich bin Bomben. Interessant. Ich finde die Krafik immer noch mega rett. Ich finde die Krafik immer noch mega rett. Jetzt haben wir die Krafik mal wieder. Oh, ich bin da! Ich bin da! Ich habe 是 mir zu dir. Ich habe einen Club auf mich. Oh, nein! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Der Stärke! Ich will... Ah, hau doch mal. Ich brauchst hier einen Eissapfen. Ich bin noch besiegbar, ich bin noch besiegbar. Oh, fuck, 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 fuck. Du kannst es nicht selber halten, Schmuck. Stärker Angriffen, ey. Hau doch mal ab! Vollzieht euch! Gott sei Dank, ey. Gut, das erste Ziel habe ich geschafft. Ich habe schon mal die Leute befreit. So, es kommt das nächste. Ich muss den Wandler, also den Sammler fertig machen. So, ich habe ja noch meinen Drache, das vergesse ich immer. Oh, fuck, ey. Sehr nice. Ich habe noch meinen Drachen. Oh, mein. Wie ich das hasse. Spams. Tuch war nichts. Hier auch nichts. Okay, weiter geht's. Boah, war das kacke knapp. Istlau. Hau ab. Hau ab. Ich weiß es doch jetzt. Du bist scheiße. Ich bin vorbeigeziert. Ich bin vorbeigeziert. Ich bin vorbeigeziert. Ich bin vorbeigeziert. Scheiße! Scheiße! Scheiße im Krug ist da! Nee, das ist der falsche Knopf. Warte mal, das war da... äh, 6. Ja, getroffen, bitch! Getroffen, bitch! Sigh... 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 Oh! So scheiße, geh jetzt sterben! Oh, scheiße, geh jetzt sterben! Untertitelung des ZDF, 2020 schlup es ist showtime meine freunde oh alter was geht Hey, was denn das ist so? Alter, fuck it! Scheiße! Natürlich! Kannst du dir ins gehen? Äh, ich will es nicht sagen. Alter! Alter, du bist so ein Assi-Gegner, ey! Ohne Scheiße! Boah, du Bastard, Alter! Boah, du... Alter, was ist denn bei dir schiefgelobener Finderheit? Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Meine Fresse! DoUNTROWEN Das Tor UM Okey... Okey... Asperon... Sedρω... Elucin sich... Ich bin würde... Was ist das? Wow Fuck Fuck Fuck, 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 fuck. Scheiße. Oh! Wo ist das? Wo ist das? Hab ich nicht fertig gemacht? Oh, Gott sei... Dank, Alter. Oh, fuck it. Alter, Schwede, ey. Ich bin um genau wieviel Jahre gealtert. Oh, sind das kleine Drachen, die du? Oh, ne Scheiße, ey. Ich bin sogar gealtert. Oh, meine Fresse. Alter, Falser. Alter, das ist... Alter, Spinner. Oh, Alter, das ist voll schön. Also, das voll schön. Ich bin doch heute Nuss, ey. Alter. Alter, witzig bin ich. Alter. Ich bin jetzt ein Knappel. Yay. Ich nehme diesen... Ich nehme diese Aufsteigung an. Okay, jetzt hab ich schon mehr vorgeschalten. Oh, kann schon Schleim kriegen als... Jetzt... Dings Pumps. Das wäre richtig geil. Was ist das denn? Schatten der Bestie. Das ist ja geil. Oh, mein... Oh, mein... Ohne witzig, ich will es in keiner Hand, wieviel Jahre gealtert. Okay. Die nächste Mission schauen wir mal nächsten Wort an von... Swirl Nights. Mit Zahnkommikazes. Das ist natürlich meine Wendigkeit. Ja. Frisst mein Feuerball, du Arschloch. Ja. Hehehe. Sorry. Also, bis zu diesem Wort für Spill Nights. Es war wieder euer Swirl Nights. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.